Das Zuhause und die nähere Umgebung 1. Ich lebe in der Hauptstadt von Ungarn, in Budapest. Diese Stadt hat ungefähr 2 Millionen Einwohner, sie ist also eine Großstadt. Viele Touristen besuchen sie jedes Jahr, weil diese Stadt außer ihrer günstigen geografischen Lage auch sehr viele Sehenswürdigkeiten zu bieten hat. Meist besuchte Attraktionen sind zum Beispiel der Heldenplatz, die Kettenbrücke und das Burgviertel mit der Matthiaskirche oder der Fischerbastall. Meine Familie und ich wohnen im 11. Bezirk in einer Wohnsiedlung. Diese Umgebung finde ich sehr angenehm, weil sie einerseits sehr ruhig ist, andererseits kann ich in der Nähe alles erledigen, ohne ins Zentrum fahren zu müssen. An der Ecke gibt es eine Post, einen Tante-Emma-Laden und bis zu meiner Schule muss ich auch nur 10 Minuten laufen. In Budapest gibt es für jede Altersgruppe zahlreiche Unterhaltungsmöglichkeiten, egal ob man ins Museum, ins Kino, ins Theater oder auf Partys gehen möchte. Hier findet man wirklich alles. Das Großstadtleben hat natürlich auch seine Nachteile. Es gibt ziemlich große Entfernungen und in den Morgen- und Abendstunden gibt es auch sehr viele Staus. Wegen den vielen Autos ist die Luft natürlich nicht so frisch wie auf dem Lande und Ausflugsorte sowie Wanderwege findet man auch nur außerhalb der Stadt. Meine Großeltern wohnen am Plattensee in einem kleinen Dorf. Ich besuche sie oft und verbringe auch öfters mehrere Tage bei ihnen. Ich mag das Großstadtleben, trotzdem genieße ich die Ruhe auf dem Lande, die frische Luft und die Zeit in der Natur. Es ist natürlich viel schöner in einem Haus mit Garten zu wohnen, als in einer Wohnung, obwohl ein größeres Haus auch meistens mehr Arbeit bedeutet. Das Zuhause und die nähere Umgebung 2 Meine Familie und ich leben in einem Einfamilienhaus. Wir wohnen in einer Großstadt, aber nicht im Zentrum, sondern am Stadtrand. Unser Haus liegt nicht besonders verkehrsgünstig. Die nächste Bushaltestelle ist etwa 10 Minuten von unserem Haus entfernt. Zum Glück fährt mich mein Vater oft in die Stadt oder ich fahre mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Wenn ich zur Uni muss, nehme ich zuerst den Bus, dann steige ich in die Straßenbahn um und schließlich muss ich noch 10 Minuten spazieren. Es lohnt sich trotzdem, weil ich sehr gerne hier wohne. Die Luft ist frisch und der Verkehr auf den Straßen ist nicht so groß. Oft fühlt man sich beinahe so, als würde man auf dem Lande wohnen. Bei uns gibt es immer etwas zu tun. Unser Haus hat zwei Stockwerke mit insgesamt sechs Zimmern. Wir haben ein Wohnzimmer, eine große Küche, zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer und ein Gästezimmer. Meine Mutter arbeitet sehr viel, um alles in Ordnung zu halten. Ich helfe ihr oft beim Saubermachen, Staubsaugen oder Abwaschen. Beim Kochen kann ich ihr aber leider nicht helfen, weil ich darin sehr ungeschickt bin. Mein Zimmer halte ich natürlich in Ordnung, es ist mein Lieblingsraum in dem Haus. Ich habe es nach meinen eigenen Vorstellungen eingerichtet und ich denke, es ist sehr gemütlich. Die Wände sind hellbraun, moderne Bilder hängen an der Wand und die Möbelstücke habe ich mir auch selbst ausgewählt. Das Zimmer ist sehr hell und aus dem Fenster bietet sich ein sehr schöner Ausblick auf unseren Garten und die Landschaft. Mit dem Garten beschäftigt sich vor allem mein Vater. Mein Bruder hilft ihm manchmal, aber er ist sehr faul. Wir haben viele Blumen, die man gießen muss und auch einige Obstbäume, die man regelmäßig pflegen und auch beschneiden muss. Jede zweite oder dritte Woche muss man auch den Rasen mähen. Das Zuhause und die nähere Umgebung Die meisten Menschen wünschen sich eine eigene Wohnung oder ein Haus. Es ist ein schönes Gefühl, in den eigenen vier Wänden zu wohnen. Es bietet Sicherheit. Bei einem Neubau können sich die Käufer wandfarben und einige Einrichtungsgegenstände bereits bei dem Bau auswählen. Bei Altbauwohnungen muss man meistens gleich mit der Renovierung beginnen, kann aber dann den Wohnraum nach seinem eigenen Geschmack umgestalten. Wenn man nicht genug Geld hat, um sich ein eigenes Heim zu kaufen oder zu bauen, kann man einen Kredit aufnehmen oder staatliche Unterstützung beantragen. Viele Menschen sparen für eine Wohnung und in der Zwischenzeit leben sie zur Miete. Sie schliessen einen Mietsvertrag, zahlen dem Vermieter monatlich eine festgelegte Summe und natürlich die Kosten für Heizung, Elektrizität und Wasser, die Nebenkosten. Viele Menschen verkaufen ihre Wohnungen, weil sie ihren Kredit nicht tilgen oder ihre Kosten nicht bezahlen können. Dann ziehen sie in eine kleinere Wohnung oder in Untermiete und versuchen zu sparen. Es gibt auch viele Studenten, die weit von ihrem Wohnort entfernt studieren und sich in der Nähe ihrer Hochschule eine Wohnung mieten. Wenn sie nicht alleine leben möchten, können sie auch in eine sogenannte WG, eine Wohngemeinschaft wählen und die Kosten mit anderen Studenten teilen. Für Studenten und Schüler bieten die Schulen auch Zimmer in Studenten- oder Schülerwohnheimen an. Hier teilen sich zwei, drei oder vier Personen ein Zimmer. Mit anderen Menschen zusammenzuleben hat Vorteile, aber auch Nachteile. Auf der einen Seite ist man nie allein und man kann sich bei der Prüfungsvorbereitung helfen. Man findet auch leicht einen Kumpel, wenn man etwas unternehmen möchte. Auf der anderen Seite kann es aber auch störend sein, weil man nie oder nur selten allein sein kann und oft Kompromisse schließen muss. Beitsch 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 Vielen Dank.